Hallo, mein Name ist Florian Peters. Ich spiele hier die Rolle des Johann Friedl, eines jungen Autors, der in die Schauspieltruppe von Schikaneda kommt und dort dann als Schauspieler arbeitet. Also meine ersten Assoziationen zu Schikaneda waren natürlich die Zauberflöte. Und natürlich wusste ich auch schon aus der Ausbildung, dass er früher selber auch die Urführung gespielt hat von der Zauberflöte, den Papageno dort gemacht hat. Und auch lustigerweise wusste ich auch, dass er nicht der größte Sänger war, weil das ist von allen Rollen, die Mozart jemals geschrieben hat, ist das eigentlich die einfachste Rolle zu singen und trotzdem auch die dankbarste Rolle. Das Publikum liebt diesen Charakter immer, weil er lustig ist. Und ja, das waren meine ersten Assoziationen zu Schikaneda. Also wie ich mich auf eine Rolle vorbereite, also das ist, wie ich ja vorhin schon sagte, natürlich, wenn ich so eine historische Person habe, lese ich natürlich die Schriften durch und das, was andere Leute über ihn geschrieben haben, wie er war. Also er hat ja einen ganz berühmten Reisebericht über Berlin geschrieben. Und das ist natürlich ganz spannend zu sehen, wie sieht dieser Mensch die Welt. Und da kann man immer auch Rückschlüsse darauf ziehen, wie dieser Mensch eigentlich selber ist. Und dann gucke ich auch, wo sind die Verbindungen eventuell zu mir, was sind Unterschiede, was sind Gemeinsamkeiten zu mir. Und dann versuche ich dann irgendwann auf der Bühne alles zu vergessen und einfach zu gucken, was kommt. Worauf ich mich am meisten freue, kann ich gar nicht sagen, weil ich freue mich auf die Stadt. Ich freue mich hier wieder in diesem Theater zu sein. Ich freue mich darauf, mit dieser Cast zu arbeiten, also die, die ich bisher kennengelernt habe. Die sind echt alle sehr, sehr nett und wirklich tolle Kollegen. Ich freue mich natürlich darauf, mit Steven Schwartz und Trevor Nunn anzuarbeiten, an diesem fantastischen Stück. Ich durfte es ja schon sehen in einem Workshop, der auf Englisch war. Und ja, es ist einfach jeder Teil dieses Stücks, dieser Produktion wirklich begeistert mich und das ist wirklich ganz, ganz fantastisch. Und ja, ich bin sehr, sehr froh, dabei zu sein.